Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Uncut. Ich kann endlich die neue Map zeigen. Also ich konnte sie auch schon davor zeigen, aber ich wollte sie unbedingt mal in so einem, in diesem Uncut Format hier drin haben. Und auch den Weltrekord versuchen zu knacken. Denn ich weiß, wie ich den Weltrekord vielleicht knacken könnte. Das ist jetzt keine Garantie. Keine Garantie. Also das hört ihr halt auch schon daran, da ich sage, ich könnte den Rekord knacken. Aber ich habe halt eine ganz genaue Idee, wie ich das mache. Und der Start ist auch schon perfekt, wie ich den gemacht habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es schon ein paar Mal probiert, aber es gab immer kleine Fails, die da, die mich da ein bisschen abgehalten haben, den Rekord zu erreichen. Der Rekord liegt bei 1 Minute 6 und ich habe momentan 1 Minute 7, bin aber bei dem Rekordversuch im Kopfweb hängen geblieben. Aber halt auch nur ein ganz kleines bisschen. Aber ich habe auch eine andere Route benutzt. Jetzt kriege ich gerade Frame Drops, was mega ungünstig ist. Und nicht nur Frame Drops, sondern und mein Internet will auch nicht ganz mitmachen. Naja. Dann war es in dieser Runde leider nichts mit dem Rekordversuch. Meine Idee ist, ihr habt gesehen, ich habe mich hier hinten nochmal hochgestrapet. Okay. Und mein Internet will jetzt endgültig nicht mehr mitmachen. Das ist schon mal super. Aber ich habe vor, in diesem Uncut-Format vielleicht mal den Weltrekord zu knacken. Und dann die letzte Strafe. Da darf man halt dann auch wieder da oben nicht hängen bleiben. Das möchte ich mir aber nochmal ganz genau anschauen. Ich wollte mich mal ein bisschen weiter nach hinten tippen. Ich habe wirklich leichte Rückgleich. Ich mache mal ganz kurz die Aufnahme nochmal neu. So, in der Hoffnung, dass es jetzt besser wird. Also, das muss ich mir merken. Also, ich sollte nicht hier in der Mitte. Das Ding ist, wenn ich schnell genug, wenn ich es zu früh einsetze, dann zählt die Strafe praktisch diesen Block hier mit. Und wenn man nur ganz knapp drüber ist, dann kann man die Strafe nicht benutzen. Deswegen muss man die ein bisschen später einsetzen, aber nicht zu spät. Ansonsten knallt man dagegen. Das ist so diese Strafe-Mechanik. Die ist ein bisschen kompliziert. Aber ich denke, das kriege ich dann schon hin. So. Ja. Es ist mal wieder einiges in meinem Leben passiert. Aber das ist ja bei mir ein bisschen normal so. Passiert bei mir dauernd irgendetwas, weshalb ich keine Videos gerade bringe. Aber ich möchte mich dafür auch nicht mehr groß rechtfertigen oder so. Ich möchte einfach auf meinem Kanal mein Ding durchziehen, sage ich jetzt mal. Wenn ich gerade mal Zeit habe, dann mache ich ein Video. Dann kann es sein, dass mal ein bisschen regelmäßiger Videos kommen. Kann es sein, dass mal ein bisschen unregelmäßiger Videos kommen. Weil ich auch auf meinem Kanal nicht mehr haben will. Ich möchte... Ich finde, man sollte niemals nie sagen. Das ist so ein super schöner Spruch. Sagt niemals nie. Aber ich möchte es möglichst vermeiden, über andere YouTuber zu sprechen. Ich möchte hier auf meinem Kanal mein Ding machen. Und da halte ich andere YouTuber jetzt nur noch raus. Also ich kritisiere... Ich will keine anderen YouTuber mehr kritisieren für das, was sie tun. Außer, ähm... Außer sie haben Ansichten oder so, denen... Ja... Die ich gar nicht nachvollziehen kann. Denn auch ich bin relativ viel auf YouTube noch unterwegs und schaue mir da alles Mögliche an. Und... Deswegen finde ich da auch öfter etwas, worüber ich reden kann. Aber ich will mich da eher auf meinen Kanal beschränken, sage ich jetzt mal. Ähm... So, dann würde ich mal sagen, zweiter Versuch. Also das Ding ist, man muss halt instant... Also sofort halt die ersten beiden Strays benutzen. Damit man die am Ende sicher wiederbekommt. Oh Gott. Die zweite Strayf hat sich irgendwie doof angefühlt, aber okay. Da hat der Devons bekommen. Ich weiß halt wirklich nicht zu 100%. Ähm... Ich weiß nicht zu 100% ob man diese letzte Strayf am Ende wiederbekommt. Deswegen... Schade. Versuche ich da immer wieder ein bisschen auf Risiko zu spielen. Ähm... Da ich es halt eben auch immer ausprobieren kann. Oh, die Strayf war irgendwie ein bisschen verunglückt. Aber bei mir... Ich habe auch gerade leichte Internetprobleme. Das ist auch wirklich nichts der Rede wert, aber... Das kann mir schon so den einen oder anderen Rekord versauen. Ich gehe mal ganz gern nach hier oben. Wenn ich nur 2 hoch bin, also da draufstehe oder da drauf, dann kann ich noch vom TNT getroffen werden. Aber wenn ich 3 hoch bin, dann wurde ich noch nie getroffen. Weil 2 hoch das TNT explodiert praktisch nach oben. Deshalb... Da stellen sich auch ab und zu mal Leute da unten drauf. Aber das bringt halt nichts. So... So... An sich ähm... Gibt es hier noch verschiedene Sachen. Zum Beispiel den Trick, dass man sich hier hinstellen kann. Und dann ist man immer safe hier. Und dann kann man sich hier hinstellen. Und wenn er drückt, dann fällt man halt nach da unten. Oder man kann... Dann hier weiterspringen. Dann... Es dauert ein bisschen, bis das hier abgebaut ist. Sag ich jetzt mal. Und wenn man hier in der Mitte landet und weiterspringt, dann fällt man nicht runter. Also ich finde an sich, die Map wirklich verdammt gut. Die hat neue Traps. Die hat... Ja und diese neuen Traps sind auch interessant. Und auch dieses mit dem übers Kopfwebspringen. Ich muss gestehen, ich habe das eine Zeit lang im Singleplayer sogar... Sozusagen geübt, dass ich immer wieder über Kopfwebs rüberspringe. Ähm... Um da halt eben ein gutes Timing hinzukriegen. Bäh! GG! Also das Ende hat sich irgendwie ein bisschen... Nicht so elegant angefühlt, aber... Passt doch alles ganz gut. So. Ich hole jetzt einfach mal die ganze Zeit Elements. Das hatten eine Zeit lang ziemlich viele von meinen Kumpels... Äh... Hä? Okay. Das hat eine Zeit lang ziemlich viele von meinen Kumpels... Äh... Genervt, weil... Die haben halt so die ersten paar Tage... Elements gespielt. Hatten da dann irgendeine hübsche Zeit. Und... Hatten dann... Kein Bock mehr. Dieser Typ im Chat, der irritiert mich irgendwie. Und... Äh... Ich kann sogar etwas ankündigen. Und zwar... Äh... Falls das Leute... Ups... Ja, da habe ich ein bisschen Schluck auf. Super. Falls das Leute noch nicht gemerkt haben... Oder mitbekommen haben... In den Forums wurde von Vlogs... Ein... Deathrun-Turnier... Äh... Gestartet. Also... Er organisiert es halt. Ich helfe da auch mit. Aber ich... Nehm auch teil am Turnier. Ich glaube, ich nehme die Runden auch auf. Ich gucke mal, wie viel ich da aufnehmen kann. Vielleicht kann ich auch mal ein paar Duelle aufnehmen und... Online stellen. Ähm... Ist glaube ich eine ganz coole Sache. Naja... Auf jeden Fall... Ähm... Da anmelden. Und ich werde... Euch auch den Link... In die Beschreibung packen. Falls ihr Interesse habt. Jetzt gerade... Ist der Preis für das Turnier... Fünf... Ähm... Fünf Lucky Crates. Diese... Neuen Teile von Hive. Die Hive jetzt neu rausgebracht hat. Wo man verschiedene Sachen draus kriegt. Und es gibt es tatsächlich nicht nur für den ersten Platz. Diese Lucky Crates. Sondern auch für den zweiten... Platz. Aber ich lasse mich immer so viel vom Chat... Äh... Rausbringen. Also es gibt vermutlich für den zweiten Platz auch diese Lucky Crates. Denn... Ich habe Vlogs angeboten, dass ich auch noch... Lucky Crates... Ähm... Anbieten kann. Als Preis. So dass wir dann schon insgesamt zehn Lucky Crates hätten. Also... Ähm... Halt für zwei Plätze. Für den ersten und zweiten. Also die... Im Finale haben dann eigentlich schon mal sicher ein Lucky Crate. Oh Gott. Aber das wird schon mal ziemlich knapp. Aber ich denke da ich das ganz gut hinbekommen habe. Aber der Start ist... Ja... Jetzt halt eben... Ich weiß nicht ganz genau ob das Ende dann auch schneller ist. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Nämlich das war... Dieser Weg, an dem ich schon ziemlich lang herumprobiert habe. Jetzt natürlich auch nicht im Kopf abhängen bleiben. Super. Oh Leute. Und da werde ich immer so ein bisschen angespannt, muss ich sagen. Weil... Das... Wenn ich dann schon mal alles perfekt gemacht habe. Und diesen... Guten Run hier hinbekommen habe. Äh... Nein! Aber... Äh... Ich bin halt da oben hängen geblieben. Aber ich weiß nicht, ob das von der Zeit gereicht hätte. Ansonsten kann ich euch mal ganz schnell zeigen, wie ich den 1,6er Rekord mit Copweb gemacht habe. Nämlich mit diesen 1... Äh... Ne, den 1,7er Rekord. Also mit dem 1,7er Rekord schaffe ich halt, ähm... Ganz, ganz sicher... Äh... Mit dem 1,7er Rekord schaffe ich halt ganz, ganz sicher 1.1 Minute 6. Denn... Ja, ich bin da halt im Copweb hängen geblieben. Und das hat mir auf jeden Fall mindestens eine Sekunde gekostet. Aber was heißt mindestens eine Sekunde? Ich bin halt wirklich nur ganz kurz im Copweb hängen geblieben. Ich bin echt gespannt, wie viel ich dann noch rausholen kann, wenn ich das dann alles perfekt mache. Aber ich bin jetzt auch gerade in 1.8. Ich habe irgendwie das Gefühl, also meine FPS sind nicht ganz so gut in 1.10. Aber, ähm... Die Straffes, das fühlt sich irgendwie ein bisschen smoother an. Als ob ich... Ich weiß nicht, klingt vielleicht ein bisschen seltsam oder so. Als ob ich so weicher fliege mit den Straffes. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das ausdrücken soll. Aber naja. Auf jeden Fall haben sich aber auch schon einige für das Tournament angemeldet. Also, äh... Ich denke, dass man auf jeden Fall einen Platz halt kriegt. Aber... Es kann sein, dass zum Beispiel, wenn... Nicht... Vier... Wenn... Es muss halt so gemacht werden, es spielen immer so einer gegen einen. Spielt immer einer gegen einen. Und dann halt, wer erst am Ziel ist. Und dann wird es immer ein Best of Five geben. Und da ist halt so, es können halt 32 Spieler gegeneinander antreten. Es können halt 64 Spieler gegeneinander antreten. Ich weiß nicht, wie es gemacht wird, wenn zum Beispiel 50 Spieler gegeneinander antreten. Also, wie es dann ist. Ob dann... Keine Ahnung. Ob die dann irgendwie doch noch mitmachen können. Oder ob dann einfach gesagt wird, okay, die ersten 32, die sich angemeldet haben, die kommen rein. Da bin ich mal gespannt. Das weiß ich nicht ganz genau. Aber ich möchte auf jeden Fall gleich in der Aufnahme nochmal sehen, wie jetzt der eine One von mir war. Wer ist das? Harsh Brown. Ab und zu sneakt mich halt so ganz random läutern. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Aber okay. Da ist ein Mädchen-Dev. Da bin ich mal gespannt. Könnt lustig werden. Okay. Ja. Könnt lustig werden. Also ein Rekord wird es dann schon mal nicht. Aber ich kann... Ich habe auch eine Zeit lang versucht, hier über das Jump'n'Run halt hier so schräg rüber... ...nes Drift zu benutzen. Es hat ein einziges Mal geklappt. Aber das war dann schon eine heftige Sache. Weil ich meine, man muss da dann meistens auf einem einzigen Block landen. Und ja, das muss man auch erstmal hinkriegen. Aber das ist einfach OP. Also wenn man das gut hinkriegt, auf einem einzigen Block zu landen... ...da immer so ein bisschen warten. Nämlich die haben halt auch so ihren Rhythmus. Oh lol. Der hat schon ausgelöst. Okay. Das ist gut. Und so mit der Zeit kriegt man auch so ein bisschen den Rhythmus halt... ...wann die Sachen wieder ausgefahren werden und so. Naja. So. Ich versuche hier natürlich auch so viel wie möglich von der Map hier zu zeigen. Aber es soll halt in diesem Video wirklich nur um die Map gehen. Ich werde... ...ähm... ...oh. Ich werde... ...ähm... ...demnächst aber auch mal einen anderen Spielmodus in dem Uncut-Format hier bringen. Ich überlege schon welchen. Also ich denke so an Skyros, an TNT Run, an... ...da gibt es ja verschiedene Sachen, die man da bringen kann. Oder auch Speed Builders auf... ...ääh... ...Hypix... ...ääh... ...auf Mindplex meine ich. Denn... ...Speed Builders ist ein Spiel, was ich an sich sehr, sehr gerne spiele. Und da habe ich auch schon... ...ääh... ...gegen sehr, sehr gute Spieler gespielt. Zum Beispiel... ...ääh... ...so ein deutscher YouTuber, der heißt Mangroar... ...oder so. Also heißt der In-Game, aber ich glaube der heißt anders auf YouTube. Ich weiß nicht ganz genau. Aber der ist verdammt gut in diesem Spiel. Und gegen den habe ich schon mal gespielt. Und der ist da rumgeflitzt. Das ist nicht mehr schön. Ich würde sagen, dann hätte ich noch mal eine Runde ran... ...und hoffe auf... ...Elements... ...ääh... ...ääh... ...warte mal... ...ääh... ...die macht es in der letzten Zeit auch Spaß... ...äähm... ...mal diese ganz alten Maps, wo man noch ganz vorne startet. Einfach als allererstes eine Runde rein zu joinen... ...und dann dort wieder versuchen neue Zeiten aufzustellen oder so. Ich bin da auch ab und zu ziemlich knapp dran. Vor allem meine Zeit of Prison ist so... ...ne relativ Standardzeit... ...die eigentlich so ziemlich jeder hat. ...also jeder der ein bisschen aktiver halt spielt. Und naja... ...damit gebe ich mich natürlich nicht zufrieden. Da will ich schon eine bessere Zeit of Prison haben. ...und genau... ...es wurde halt auch noch angekündigt. Beim Deathrun-Shop gibt es wohl irgendwie Probleme oder so. Good luck and have fun schreibe ich mal. Schreibe ich ja normalerweise immer. Aber vergesse ich immer wieder in der Aufnahme. Ähm... Beim Villager gibt es wohl irgendwie Probleme. Aber der wird jetzt auch bald released. Genau wie SG 2.0. Da bin ich dann auch gespannt... ...wie die SG-Community da drauf sein wird. Nein... ...da habe ich gerade... ...die Sprungtasse gedrückt. Aber es wundert mich um ehrlich zu sein... ...dass ich schneller starte als V-Logs. Weil wir sind eigentlich... ...zirka gleichzeitig... ...gestorben. Und... ...ich dachte, dass er auch dieses... ...das anhat, dass man so schnell spawnen kann. Weil ich habe das nicht an, aber... ...so die meisten, die ich kenne, haben es an. Oh, es war knapp. So. Hö? Hat der nicht geblickt, da ich hier vorbei bin? Oder... Na egal, soll mir nur recht sein. Naja, aber ich werde dann das Video... ...glaub ich auch nicht allzu lang halten. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das jetzt schon gerade ist. Jetzt locker schon so 20 Minuten. Und dann sage ich, ich will es auch nicht so lang halten. Na, das wird dann mal ein bisschen kürzeres Uncut. Glaub ich. Weiß man ja nicht. Weiß man ja nicht. Ähm... Aber es wird dann bald, glaube ich, wieder... ...Uncut geben. Na komm, drück doch. So. Hä? Nein! Wow! Das war nicht so ganz so gut. Aber egal. So. Und da haben wir es geschafft. Naja. Oh, wow! Ähm... Das war es dann erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, ich euch... Äh? Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen etwas... ...über diese neue Map, ähm... ...Elements zeigen. Ich habe auch so ein paar... ...Tricks auch gezeigt, die ich immer wieder benutze. Und da könnt ihr vielleicht jetzt auch... ...ein bisschen besser... ...ääh... ...eure Speedruns gestalten. Hier ist so eine komische Lücke. Warum auch immer. Okay. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall... ...häh. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss! Ja! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.